Hi Leute, wir stehen hier am Set zu unserem neuen Video Nothing at all von unserem neuen Album Changes. Das präsentieren wir demnächst und zwar am 6.6. in Chelsea in Wien ab ca. 20 Uhr. Karten kosten zwar nicht nothing, aber sind eine sehr teuer. Gibt es auf www.entry.at und wir freuen uns auf euer Kommen. Bis zum nächsten Mal.